In diesem Video erfährst du, warum du für eine erfolgreiche Telefonakquise am besten einen Ferrari fährst. Du willst endlich erfolgreich neue Kunden gewinnen und so finanziell unabhängig werden, aber ohne aggressive Verkaufsrhetorik und Vertriebstrainings in Dubai? Dafür mit flexibler und ehrlicher Kommunikation, die zu dir passt und mit der du dich wohlfühlst? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Uta Plönes, Expertin für Telefonakquise und Neukundengewinnung. Von mir bekommst du wichtige Tipps rund um das Thema Neukundengewinnung per Telefon. Und in diesem Video erfährst du, warum du für eine erfolgreiche Telefonakquise am besten einen Ferrari fährst. Wenn du Skifahren willst, ziehst du dann Skier oder Rollschuhe an? Wenn du ein Formel-1-Rennen gewinnen willst, nimmst du den Ferrari oder den Fiat Panda? Wenn du möglichst schnell und sicher den Atlantik überqueren willst, Yacht oder Paddelboot? Blöde Fragen? Wieso? Sind doch alles Fortbewegungsmittel. Klar will ich auf etwas hinaus. Für die erfolgreiche Umsetzung deiner Ziele brauchst du die richtige Ausrüstung, die richtigen Arbeitsmittel. Ansonsten kommst du zwar auch irgendwann am Ziel an, aber natürlich nicht in der Zeit, die du dir vorgestellt hast. Und in der Telefonakquise, da sind die richtigen Arbeitsmittel genauso wichtig und ein Arbeitsmittel davon, das sind die richtigen Adressen. Ohne die richtigen Adressen kannst du keine erfolgreiche Telefonakquise machen. Es gibt grundsätzlich viele Möglichkeiten, an Adressen zu kommen. Zum Beispiel kannst du Adressen kaufen. Oder du kannst Adressen selber recherchieren über das Internet, über soziale Netzwerke. Das ist eine ziemlich zeitintensive Angelegenheit. Oder du nimmst als erstes einfach Adressen, die du bereits hast. Zum Beispiel Bestandskunden, die schon mal vor längerer Zeit bei dir gekauft haben. Oder Interessenten, die sich schon mal bei dir nach einem Angebot erkundigt haben. Jetzt stellt sich aber die Frage, woran erkennst du, ob du nun Ferrari-Adressen hast oder doch eher Panda-Adressen? Du weißt vielleicht schon, dass ich zusammen mit meinem Geschäftspartner Thomas Lang vor über 20 Jahren unser Akquiseunternehmen Cable & Office gegründet habe. Und in dieser Zeit haben wir mit unserem Telefonakquiseteam über 600 Kaltakquiseprojekte erfolgreich umgesetzt. Und aus dieser langjährigen Erfahrung heraus kann ich dir vier wichtige Punkte nennen, die entscheiden, ob du mit Panda-Adressen oder mit Ferrari-Adressen unterwegs bist. Panda-Punkt 1. Du hast alte Adressen. Das heißt, die Adressen wurden in der Vergangenheit nicht richtig gepflegt. Das merkst du daran, dass zum Beispiel viele Telefonnummern falsch sind oder dass viele Firmen gar nicht mehr existieren. Bei einigen kann es auch sein, dass der Inhaber schon verstorben ist oder die Ansprechpartner schon lange Jahre nicht mehr im Unternehmen sind. Das ist immer ein blöder Einstieg. Was ist das Ergebnis? Du wählst dich dumm und dusselig. Das vergebliche Anwählen kostet dich jede Menge Zeit und du hast trotzdem nur den Hauch einer Chance, überhaupt ein richtiges Gespräch zu führen. Wenn du also Adresslisten hast oder von jemandem bekommst, dann ist es immer wichtig zu wissen, wie alt sind diese Adressen, wie alt ist diese Liste. Im Zweifel lieber auf die Suche nach neuen Adressen gehen, das spart dir unterm Strich Nerven und Zeit. Panda-Punkt 2. Du hast deine Zielgruppe nicht richtig definiert. Wir haben einen Kunden, der hat zu Beginn unserer Zusammenarbeit seine Zielgruppe definiert mit alle Friseure in ganz Deutschland. Klingt erstmal klasse, ist ja jede Menge Potenzial. Hier lohnt sich aber ein genauerer Blick auf das Produkt oder die Dienstleistungen, die dahinter stehen. In diesem Fall hat sich im Beratungsgespräch herauskristallisiert, dass die interessantesten Friseure eine bestimmte Unternehmensgröße hatten und in bestimmten Regionen ansässig sind, nämlich genau da, wo wiederum deren Endkunden auch leben und zum Friseur gehen. Denn es ist ein Unterschied, ob ich ein Produkt für den Friseur habe, das er an junge, ausgeflippte Menschen verkaufen kann oder ein Produkt für Menschen mit grauen Haaren. Klar ist die Zielgruppe, das sind Friseure, aber der Friseur neben dem Altenheim, der braucht andere Produkte als der neben einer Uni. Also vor der Adressauswahl und Recherche steht immer in jedem Fall die genaue Zielgruppendefinition. Panda Punkt 3 Du hast durchgenudelte Adressen, du arbeitest in einem Bodensatz von Adressen. Wo kommt das her? Wenn du mit 100 Adressen startest, dann wirst du am Anfang eine bessere Abschlussquote haben als am Ende. Warum ist das so? Am Anfang, da schöpfst du erstmal die Sahne ab. Die, die du gut erreichen kannst, die, die immer am Schreibtisch sitzen und mit denen du ein Gespräch führen kannst, das ist deine Sahne. Wenn du also pro Stunde zwischen 6 bis 10 Entscheider ans Ohr bekommst, das ist je nach Zielgruppe ein bisschen unterschiedlich, dann kannst du zum Beispiel pro Stunde ein bis zwei Termine vereinbaren. Je länger du jetzt telefonierst in diesem Topf, umso zähflüssiger wird das Ganze. Denn nach und nach hast du nur noch die Unternehmen im Topf, bei denen der Ansprechpartner nie erreichbar ist. Der ist im Termin, der ist im Meeting, im Urlaub nicht am Platz, besetzt, der hat keine Zeit und so weiter. Jetzt erreichst du pro Stunde plötzlich statt 6 bis 10 Leute nur noch 2 bis 3 Entscheider. Aber deine Terminquote bleibt die gleiche, das heißt, du musst viel mehr Zeit investieren, bis du auf die ein bis zwei Termine kommst, als mit frischen Adressen. Darum ist es immer wichtig, immer für Nachschub im Adresstopf zu sorgen, sonst wird die Akquise zähflüssig und unten kommt nichts mehr für dich dabei heraus. Panda Punkt 4. Du hast zu wenige Adressen. Wenn du regelmäßig neue Kunden erfolgreich in der Telefonakquise gewinnen möchtest, dann brauchst du immer eine ausreichende Menge von Adressen. Angenommen, du hast dir vorgenommen, pro Tag einen Termin für eine Präsentation zu machen. Nehmen wir an, die Terminquote liegt bei 10%. Ja super, dann reichen ja 10 Adressen aus, oder? Nein, denn im Normalfall brauchst du 4 Adressen, um jetzt in deiner Akquise-Stunde einen Ansprechpartner ans Ohr zu bekommen. Heißt für 10 entscheidende Kontakte, die du in deiner Akquise-Stunde machen möchtest, 40 Adressen für eine Stunde Telefonakquise. Schau dazu auch gern mein Video zum Thema Schlagzahl in der Akquise an. Die Links findest du unten in der Beschreibung. Kombiniert man das jetzt zu wenig Adressen, auch noch mit dem Punkt Bodensatz, von dem ich dir eben erzählt habe, heißt das, hast du heute 40 Adressen, erreichst du 10. Morgen bleiben noch 30 Adressen über. Da schaffst du vielleicht noch 8 Gespräche. Dann wird es schon etwas dünner und du hast nur noch den Bodensatz. Mit 20 Adressen erreichst du vielleicht noch 2, 3 Entscheider und so weiter. Also es wird immer schlechter. Du brauchst also nicht immer nur Nachschub, sondern auch immer eine Mindestmenge an Adressen, um wirklich effizient und erfolgreich zu sein. Hier kommen nochmal die Ferrari-Punkte für die richtige Ausstattung deiner erfolgreichen Telefonakquise. Deine Adressen müssen aktuell sein. Die Zielgruppe muss vorab genau definiert sein. Du brauchst regelmäßigen Nachschub bei deinen Adressen und immer eine bestimmte Mindestmenge. Wenn du dazu noch mehr wissen möchtest, wie du deine Telefonakquise erfolgreich vorbereiten und gestalten kannst, dann schau einfach mal in die Beschreibung oder Shownotes. Da findest du Links zu weiteren Tipps und Infos genau zu diesen wichtigen Dingen rund um die Telefonakquise und die Neukundengewinnung. Damit du die neuen Tipps, die dazukommen, nicht verpasst, trag dich am besten gleich für den Newsletter ein und folge mir auf Facebook, YouTube oder Instagram. Auch wenn du Fragen rund um die Telefonakquise hast, dann schreib mir gerne, du bekommst auf jeden Fall eine Antwort von mir. Ja und jetzt sei gespannt darauf, was dir noch alles helfen kann auf deinem Weg zu neuen Kunden. Ich freue mich auf dich!